Zwei Tomate Willkommen zum nächsten Thema Sexismus Ein sehr beliebtes Thema Heute ist nicht mein Tag Das immer sehr gerne besprochen und auch angehört wird und geguckt heute auch live oder in Videoform Das ist echt schwierig Wollen wir das einfach lassen? Nein, nein, wir machen das jetzt Du hast dazu was mitgebracht, wir reden jetzt darüber Ich hab das nicht mitgebracht, außerdem hab ich den Tweet nochmal nachgelesen Aber ist es tatsächlich Sexismus oder ist es Es ist, naja, nee, übergreifend weil du ja noch dein Thema dazu gemacht hast Achso, ja, aber das ist gequatscht Ich hab einen Tweet gelesen Ich hab jetzt nicht mehr nachgeschauen können, von wem der war Vielleicht könnt ihr da weiterhelfen in den Kommentaren Da ging's darum dass viele Leute ja, heutzutage schreiben, sie sind so so body positive Ich bin so body positive, egal wie man aussieht ich mein, es ist body positive und dass dann manche Leute sich dann irgendwann auch angefangen haben zu denken Ja, warte mal, aber vielleicht bin ich ja auch gar nicht positiv Also vielleicht entspricht zum Beispiel mein Körper jetzt nicht den gesellschaftlichen Normen Aber das heißt ja nicht unbedingt Das heißt zwar, dass es okay ist Aber das heißt ja nicht, dass ich irgendwie mega positiv damit sein muss Weil das ja auch so ein bisschen eine mentale Anstrengung ist und so weiter Dass man einfach sagen kann, man ist body neutral Body neutrality Das neue hippe Ding Aber jetzt muss ich mal ganz, ganz fair fragen Wenn man jetzt so nicht ein Arschloch ist Ist das nicht das, was schon immer da war und Das, darauf wollte ich dann irgendwann hinaus Was ist eigentlich los? Wir drehen uns im Kreis Also wir drehen uns im Kreis Erst, erst sind alle da Dann wird angefangen Ey, du bist dick Das ist ja Mobbing Das gab es jetzt davor auch schon Mit dem Rattenschwanz Mit dem Rattenschwanz So und dann kommt irgendwann Irgendwann kommt man an den Punkt Ja, warte mal, aber das ist doch auch okay Und jetzt sind wir wieder da angekommen Wo wir vielleicht angefangen haben Wobei das wahrscheinlich immer schon Arschlöcher gab, ne? Ja, aber also nach wie vor Ich glaube, wir haben das ja schon ein paar Mal abgehandelt Ich kann da immer wieder nur eine Sache zu sagen Ich befürworte das Wenn jeder sich wohlfühlt in seinem Körper Und ich möchte mir da keine Meinung zu bilden Wenn ich das mal mache Aus einem Gäckigkeit, dann tut es mir leid Falls ich da mit jemandem angreife Mache ich aber eigentlich im Regelfall nicht Weil ich das verstehe, dass das scheiße ist Und weil ich selber gewichtsmäßig Nach wie vor auf meiner Reise bin Das wieder runter zu kriegen Ich hatte da schon mal das ein oder andere Thema Was wir mal durchgegangen sind Aber ich muss nach wie vor immer dazu sagen Ich werde niemals, auf gar keinen Fall In irgendeiner Form öffentlich sagen Dass es gut und gesund ist Über- und oder untergewichtig zu sein Nur weil sich dann jemand besser fühlt Im Rahmen der Gesellschaft Da habe ich einfach keinen Bock drauf Aber ich würde mich niemals Auch im gleichen Zuge Über jemanden lustig machen Der eben so Entweder etwas ein bisschen mehr auf den Rippen hat Oder ein bisschen weniger Ist mir vollkommen egal Nee, das ist okay Aber weißt du was ich meine Aber ich habe immer ein bisschen das Gefühl Es gibt Und das zum Glück nur bei sehr wenigen Das würde ich auf gar keinen Fall Verallgemeinern bei diesen Diskussionen darüber Aber es gibt immer schon so ein Chor Die dann auch vorgeben Zu sagen Ey, das ist aber auch gut Wenn man das so macht Aber gerade eher bei Übergewicht Bei Männern und bei Frauen Als bei Untergewicht Ich glaube da sind alle schon relativ In der Norm angekommen Ja, aber das wissen wir eigentlich eh Aber was ist Also ich glaube Da geht es jetzt auch mehr darum Wie würdest du das über dich selber sagen Also bist du eher jemand der Body neutral ist Oder body positive Oder body shamerisch drauf ist Und sich sagt Zu anderen oder zu mir Zu dir selber Selber natürlich zum Antrieb Ich bin doch keine Pussy Jetzt hat er Pussy Sexismus Hallo, ich gehe jetzt Nein, aber Ich mache den Gag nicht Nee, aber Keine Ahnung Also zu mir selber Darf ich auch hoffentlich noch sein Wie ich sein möchte Ja, aber was bist du denn Also bist du so Oh scheiße, du Arschloch Oder bist du so Ach, weißt du was Ist okay Oh scheiße, du Arschloch Auf jeden Fall Ja Immer hart zu mir selber Sonst geht es nicht weiter Wenn ich den ganzen Tag nur rumsitze Und sage Oh mein Gott, mein Leben ist so geil Mir geht es so gut Das ist ja auch Nonsens Dann mache ich ja auch zu Vor Sachen, die einfach Einfach faktisch nicht stimmen Hey, ich habe letztes Jahr Anfang letzten Jahres Über 100 Kilo gewogen Bei einer Körpergröße von 1,70 Das ist einfach krass ungesund Und das ist nicht nur Übergewicht Das ist nicht nur Adipös 1 Das ist fast Adipös 2 Wo einfach so viele Krankheitsspektren So krass nach oben geschraubt werden Dass es halt einfach uncool ist Sich damit nicht auseinanderzusetzen Gerade nicht, wenn du irgendwie Mal auf die 30 zugehst Gerade nicht, wenn du irgendwie Vielleicht mal Kinder haben willst Und gerade nicht, wenn du irgendwie Abnippeln willst mit Mitte 30 So, wirst du natürlich nicht Weil du übergewichtig bist Aber die Wahrscheinlichkeiten Dass du einfach was Langes verschleppst Dir es psychisch auf lange Sicht Nicht gut geht Das ist einfach zu radikal Und wenn ich glaube ich Selber dann nicht zu mir So sein würde Dass ich mich selber schäme Ist ja auch Ist einfach ein Kackwort Das ist einfach Bullshit Wenn man über sich selber redet Also wenn ich nicht selber Zu mir ehrlich bin Oder nicht selber Das ist dann vielleicht Ja sogar schon positiv Eigentlich ja eher Ich würde es halt so auslegen Das ist halt auch das Problem Ist krass subjektiv Ich würde sagen Wenn ich selber vorm Spiegel stehe Morgens und sage Boah du fettes Stück Scheiße Dann ist es für mich Body Positivity Warum? Weil ich mich mit meinem Körper Auseinandersetze Und was Positives erreichen will Und dementsprechend halt einfach sage Okay Ich will an mir arbeiten Und dann mag ich meinen Körper mehr Es gibt nichts was ich hasse Aber es gibt auf jeden Fall einen Weg Damit ich ihn noch positiver sehen kann Aber ich hab mich ja so unwohl gefühlt Und war da so negativ unterwegs Dass ich dann natürlich gesagt habe Du gehst jetzt nochmal um ein Uhr morgens Auf die Maschine und so Und da bin ich auch immer noch bei Ich probiere es halt nur ein bisschen geordneter zu machen Weil wir uns ein bisschen mehr Zeit freigearbeitet haben Dieses Jahr Ach siehste Mein Fahrrad ist fertig geworden Hab mich gar nicht abgeholt Tamay Der Mein Fahrrad wurde jetzt überarbeitet Scheiße Hab ich vergessen Naja Also na Aber um das kurz abzurunden Zu mir selber bin ich so Zu anderen ist es mir eigentlich grundlegend Scheißegal Was du für Wie du körperlich Body neutral Ja ich bin zu allem neutral Das hat für mich einfach gar nichts mit einer Person zu tun Verpisst euch alle Ich hab zu tun Ich kann heute nicht Genau das hat für mich nichts mit einer Person In irgendeiner Form zu tun Wie du körperlich aussiehst Entweder mag ich dich oder ich mag dich nicht Und das hat nichts mit deinem Gewicht zu tun Das ist einfach so Und so hab ich Leute immer schon behandelt Und bin auch immer so Dass man natürlich Keine Ahnung Also nee Also es ist einfach Lassen wir das Es reicht mir jetzt Ja aber Tamay hat sich da glaube ich noch ein Weil Tamay hat auch gerne Unbedingt Nee aber das könnte ganz interessant sein Ich wurde ja sechs Jahre in der Schule Wegen meinem Übergewicht gemobbt tatsächlich Also auch richtig heftig so Mithin bis zu Suizidgedanken und so einem Scheiß Und was ich irgendwie ganz wichtig finde Ist was ich in den letzten Jahren erkannt habe Gerade auch durch das was in Social Media und so passiert Ich wurde Also ich wurde sechs Jahre lang straight Auch im Sportunterricht sowas immer ausgelacht Wenn aber stattdessen irgendwie Jetzt vielleicht diese sechs Jahre lang mir irgendwie Gesagt worden Oder ich dazu encouraged worden wäre Irgendwie fettleibig zu sein Oder sowas Halt Das hätte ich glaube ich Auch das hätte mir genauso sehr geschadet Wahrscheinlich Also wenn mir gesagt geworden wäre So ja klar Sei so fett wie du willst Das ist vollkommen cool Weil das bedeutet Dass ich ungesund bin Und dass mein Körper krank ist Weil starke Fettleibigkeit ist nun mal Leider ungesund und krank Ich glaube auch dass Leute das immer falsch verstehen Wenn man sagt halt irgendwie Gesund Gesund heißt nicht 8pack Das ist ein anderes Extrem So das ist Nonsens So wie du jetzt bist Ist halt gesund Du hast ein ganz normales Gewicht Für deine Körpergröße Du bist nicht sonderlich durchtrainiert Du bist nicht abgemagelt Du bist nicht übergewicht Du bist ganz normal Und das ist ja auch das Wovon man redet Das ist jetzt halt so das Problem Dass ich immer noch irgendwie Mich extrem fett sehe Obwohl ich jetzt nicht mehr bin Das ist das Problem Aber was ich eigentlich gebraucht hätte Glaube ich in der Zeit Sind Leute irgendwie Die mich dabei unterstützt hätten Gesund zu sein So Verstehe ja Anstatt mich im Unterricht Sportunterricht auszulachen Mich dazu motivieren Irgendwie mitzumachen Oder mal so über Sommerferien Sagen so Ey lass mal hier so irgendwie ein bisschen Lass mal was ausprobieren So ein paar Buddies oder so Genau Hatte ich auch jemanden in der Schule Der war sehr klein Der hat auch War sehr übergewichtig War aber nie ein Thema irgendwie groß Aber ihn hat es sehr gestört Und der kam dann mal Nach den Sommerferien wieder Und war super schlank Und durchtrainiert In sechs Wochen So Und der hat einfach mit Mit seinem besten Freund Kinder die dreckigen Nee und der hat mit seinem Mit seinem besten Freund zusammen Haben die halt irgendwie Super gesund gegessen Und haben halt so Damals war ja gerade Die Anfangszeit von YouTube In meiner Schulzeit Und die haben dann so Workouts Und sowas gemacht Und halt Fußball Hat er halt immer gerne gespielt Und haben halt daily Fußball trainiert Um mit ihrem Kreisliga-Verein Irgendwie besser zu werden Weil er der Stürmer werden wollte Und dann hatte er so ein Ziel War motiviert durch einen Freund War jeden Tag auf dem Sportplatz Und kam einfach zurück Und ich war so Fabian Hieß der Grüße gehen raus Falls du dich jetzt gerade wiedererkennst In der Geschichte vielleicht Hey Fabian Meine die gucken zu Aus meiner Schulzeit und so noch Aber das war nicht richtig krass Habe ich ihm auch immer wieder gesagt Da habe ich gesagt Ich finde es crazy Weil der war der erste Mensch Natürlich super jung War ich irgendwie 15, 16 oder so In meinem Leben Wo es mir so richtig aufgefallen ist Das ist so eine krasse körperliche Veränderung In super kurzer Zeit Weil Kids sind dann ja auch so Die übelsten Verbrennermotoren Wenn der mal eine Mahlzeit auslässt Dann verliert er jeden Tag Irgendwie gefühlt 10 Kilo Und der hat dann einfach auch nur eingesehen Ich habe mich scheiße ernährt Habe mit seinen Eltern wohl darüber gesprochen Die haben dann ihm dazu auch geholfen Und haben halt irgendwie dann von Oh mein Kleiner Hin zu Okay Verstehe ich So dir geht es irgendwie nicht gut Und dann halt durchgezogen Und das fand ich total bewundernswert Muss ich sagen Bis heute Also es ist mir immer noch Ein sehr sehr positives Beispiel dafür Dass es halt Zumindest Wir waren nicht die besten Buddies So Aber zumindest in meiner Welt Habe ich nicht mitbekommen Dass ihm vielleicht Da jemand Gelingst hat Aber wer weiß Bei Kids ist dann ja auch noch Vielleicht will dann Der Jugend Die Jugendliebe Doch nicht zusammenkommen Und das wird dann darauf Projiziert oder sowas Aber bei ihm hat irgendein Schalter Auf jeden Fall geklickt Was ich ganz positiv fand Ja Aber nach wie vor Ich glaube Ich glaube da Dass das einfach immer auszuklammern Ähm Ähm Bei anderen Menschen Weil das einfach nicht Das ist nicht mein Business Weißt du was ich meine Dein Gewicht ist nicht mein Business So das geht mich nichts an Mich geht es nur was an Wenn du damit Äh Wenn du damit halt Äh Wenn du Wenn du darüber Ob magersüchtig Oder fettleibig Halt äh Scheiße verbreitest So Es ist beides ungesund Und wenn beide Parteien Äh Zu viel zu wenig Auch zu viel trainiert Oder sowas Ist genau das gleiche Es gibt ja drei Parteien da schon So auch Auch mit zu viel Training Und so Wenn du darüber Scheiße verbreitest Dann Darf ich reinspringen Und da muss jeder reinspringen Wenn mir jemand sagt Es ist gesund Fettleibig zu sein Dann ist das falsch Wenn mir jemand sagt Es ist gesund Äh Wenig zu wiegen Und wenig zu essen Dann ist das falsch Wenn mir jemand sagt Jeden Tag zu trainieren Acht Stunden Im Fitnessstudio zu sein Und mich vom Protein Zu Proteinriegel zu Zunehmen Dann ist das falsch So dann Dann ist das einfach Nicht korrekt So dafür sind wir nicht ausgelegt Extreme in jeglicher Form Sind immer scheiße Nicht nur in der Ernährung So und alles drum rum Wenn du Wenn du übergewichtig bist Wenn du untergewichtig bist Wenn du super trainiert bist Oder so Ist es mir scheißegal Wenn du ein Arschloch bist Bist du ein Arschloch Wenn du nett bist Bist du nett So das ist das Mantra Mehr dazu gibt es einfach Auch nicht zu sagen So und Da muss ich mich auch Mit niemandem drüber streiten Weil es für mich Kein Thema ist In meiner Welt Mir ging es damit nicht gut Ich habe gesagt Ich bin total antriebslos Ich bin adipös Ich habe da Auf lange Sicht Gesundheitsschäden Ich habe einen schlechten Antrieb Ich muss hier Ich will hier Noch eine Firma gründen Ich will das Projekt Hier aus dem Boden stampfen Ich will dafür Kraft haben Ich will unterwegs sein Ich will ansprechbar sein Für meine Mitarbeiter Und nicht ab 14 Uhr In den Brechen hängen Und den ganzen Tag machen Und deswegen war das Meine Veränderung Weißt du Weil ich mich verbessern wollte Heißt aber nicht Dass du unfähig bist Wenn du über- oder unterbegewichtet bist Okay Ist okay Ich sehe schon Ist jetzt ein bisschen Okay War eigentlich nur kurz Angerissen Aber ja Jetzt haben wir es nochmal Richtig schön ausgeführt Finde ich auch sehr gut Schreibt es euch bitte auf Okay Notiert euch hinter den Ohren Ich sehe dich ab Ich sehe dich ab Ich sehe dich ab